ladies and gentlemen herzlich willkommen zu einem unfassbar tollen tag und zwar spielen wir heute im stream roller champions und call of duty modern warfare und ich habe eine geile pizza am start also besser kann der arm gar nicht werden ich weiß gar nicht wie es ist mit jannik ob er gleich noch dazukommt oder heute nicht dabei sein wird das wir auf jeden fall sehen und ja das ist das superstar alter okay diese runde wird ein bisschen krasser weil die leute müssen krasse sind aber mal gucken wie es wird warm umgehauen wie sie wie sie bei rache okay da liege ich scheiße nein scheiße ah fuck man ähm spielt hallo spiel ja ich glaube das spiel hat noch so sein fehler aber ist auch noch eine alpha also das spiel hat seine fehler wohl noch mal an einigen stellen aber ist meine meinung nach nicht so schlimm er sucht nach eine neue runde soll da gucken wir jetzt noch mal ob es funktioniert das spiel macht so laune ja entschuldigung ich bin ich glaube ich bin das bedeutet ja mal so verkehrter ruf haben ist wir es gibt so viele feile spiel hallo kann auch herzlich wahr sei die ganze zeit habe ich spiel oder nicht aufgenommen habe und jetzt auf einmal so kack ist das machen ich bin das spiel doch einmal und dann kommen wir noch mal im video ist das weiter machen oh ja jetzt geht es richtig ab ja ja oder auch nicht vergessen in die aufnahme zu gehen ein moment spiel aufnahme könnte es ist auch selber im see so das ist jetzt gerade das spiel also überhaupt nicht kaputt oder so also läuft alles hier am schnüchen also kack ist das doch so eine kacke lieben wir jetzt noch mal das game ja nützt ja jetzt nichts dann spielen wir jetzt die im quality wollte ich mich jetzt verarschen ihr wollt mich doch wohl flaxen was ist jetzt denn los gestern auch so scheiße count erstellt ne und jetzt funktioniert die kacke nicht oh gott wie ich diese technik probleme hasse dann versuchen wir es jetzt mit dem anderen passwort easy easy geht gestartet ich hoffe quality funktioniert wenigstens kopf tut ich laut gott jetzt wieder gemacht spiel was ist denn los mit den ganzen eifers momentan funktioniert gar nicht jetzt auf mein neustart spiel leck mich doch fett es wir haben einfach aus spiel ich möchte nicht lenken also ich höre schon genug dass den aufnahmen dann was nicht ja sorry auch janik nichts funktioniert hier ich versuche das noch mal mit roller champion weil ganz ehrlich ist das ich konnte nicht mehr abpassen das zu kacke nein andere richtung andere richtung kollege das hatte ich heute auch schon nur ich hatte immer die lutsche die nicht so dumm waren die zu die feine zu lesen der boden stehen ja das hatte ich auch ziemlich oft ich krieg denn worten dein real Ey, dieses Team Team, weißt du? Geil! Erstes Tor! Da 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 Wow! Da reicht ein bisschen zu langsam. Äh, Spiel? Ohhhh, ich bin schon wieder alleine. Oh, sie... Boah, das ist doch zum Kotzen. Ohhhh Ah, fuck man! Scheiße. Wow. Man, ich kann nicht passen. Da 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 Ah, das kann nicht besser sein. Das können wir denn? Ne, das was. Der FDS-Upsiel. Ah, fuck man! Ach du Scheiße! Oh Gott, ich hab jetzt schon gleich gebrochen. Und dann nächst... Ja? url! Und Spaß! So, Jannick, wir schafft das! Ja, du, ich verlasse es Spiel auch. Doch. Nein. Ich hab schon rausgegangen. Wir haben gegen zwei Pots gespielt, weil zwei schon rausgegangen sind. Ich glaub so gut so, schuhe ich mal an. Oh Mann ey. Wen bist du jetzt rausgegangen? Ja, ich hab direkt Spaß verloren. Ich hab da echt keinen Bock drauf. Oh Mann ey. So, bitte nicht. Du hast beendet? Ja. Okay, was wollen wir dann spielen? Ich hab grad gesagt Battle.net und nicht beendet. Achso. Äh, super. Ich probier's mal mit nem Grafikkarten-Update, okay? Vielleicht funktioniert das dann besser. Aber ich bin wenigstens froh, dass die Frola Champions vernünftig spielen konnte. Ah, leider kurz der gute Spiel davon nicht mehr spielen. Das ist ein bisschen schade. Vielleicht kommen die Zeiten nochmal wieder. Also das, was ich gestern gesehen hab von Warzone, das ist unfassbar geil. Ja. Das ist ein bisschen... Da ist schon... Da ist schon so drauf. Dass du mal Bock auf ein Call of Duty hast. Ja, weil das Spiel gut ist. Die letzten waren einfach alle scheiße. Ich hoffe, Grafikkarten-Update fühlt mich jetzt rein. Gott sei Dank starten und spielen immer so leise. Ja. Ja, aber... Kein Schaden oder so. Das verstehe ich auch nicht, warum das immer so richtig, richtig laut sein muss. Äh, also kein Plan. Anstatt Warzone spiele ich lieber Apex. Meiner Waldo. Oh mein Gott, ey. Ich glaube auch nicht. Mama. Dann würdest du jetzt aktuell noch mal wieder reingucken wollen, oder? Nee. Ich hab da überhaupt nicht gar keinen Bock drauf. DVD hat auch einen neuen Killer bekommen. Der Killer ist echt krass. Mit seiner ollen Harpune. Und auch dazu noch einen neuen... Ah... Ich... Findet sie mich leer. Ich find die irgendwie voll cool. Du bist heute irgendwie richtig auf Krawallgebürste. Weißt du das? Nee. Oh, wie war das nochmal? Muss ich gleich nochmal PC runterfahren, oder? Na, besser ist es. Mama, das hat drei Stunden gedauert. Passt mir zu Hause. Ich hoffe, wir sind stolz. Oh mein Gott. Selektiv Vision. Wir müssen zeigen, dass das Spiel laut ist. Jo, Nutzungsbedingungen. 33 Seiten, deine Mutter ist 33. Ja, das ist schon krass, ne? Da, 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 da. Und jetzt Jetzt installiere bitte mal! Ist hier schneller. Ist hier schneller? audio also wie ich die wischen schon freiwillig mit audio anfängt wir müssen neu starten da hatte ich nur die option verlassen das war nett das war rein du kannst uns bei uns einstellen das reicht ja wohl für heute egal dann starte ich jetzt noch einmal pc neu und dann bkk da und